Ja, hallo Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder aus der Arena. Klaus, auch schön, dass du wieder hier bei uns bist. Gerne. Ja, lass uns mal über den letzten Spieltag diskutieren. Der Lauter war hier, also wie auch gegen Hamburg, viel Licht, aber auch sicherlich noch eine Menge Schatten. Wichtig war aber, glaube ich, dass wir zu Hause jetzt gewonnen haben, 3-0. Das bringt der jungen Mannschaft doch, denke ich mal, eine gewisse Stabilität und Selbstbewusstsein. Ja, man muss ja sagen, wir haben in den beiden Spielen sechs Tore gemacht. Aber haben auch fünf reingekriegt. Und haben der Torwart eigentlich überragend gewesen, auch in Hamburg. Und von daher müssen wir schauen, dass wir hinten ein bisschen besser ausschauen. Und vorne, wenn man sagt, jetzt haben wir zweimal drei Tore gemacht, da könnte es normalerweise nicht meckern. Aber wir spielten ja gegen den 1. FC Kajda Slautern, der lange mit nur neun Mal gespielt hat. Ja, die sind auch ganz klein bis ins Spiel gekommen. Die haben uns unter Druck gesetzt, standen viel bei uns vorm Tor. Da muss man ein bisschen souveräner sein, denke ich mal. Und auch dich eigentlich gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Weil wenn ich zweimal mehr habe, da muss ich ballorientiert bin, da muss ich drauf gehen. Da kann ich nicht die spielen lassen und die kommen auch noch zu Chancen. Und der Torwart hält dann Gott sei Dank gut. Aber es sind zwei Spiele rum, erst mal. Aber man muss auch sehen, wir haben auch Spiele verloren, die Spiele entschieden haben. Das war Bülter und Salazar. Die haben wir jetzt, diese Individualisten, die haben wir jetzt im Moment nicht. Weil ich sehe keinen, der jemanden weglaufen kann, der Mannen umspielen kann. Das waren aber die beiden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir kompakt, die Mannschaft muss das... Da muss eine Mannschaftsleistung sein, schlussendlich. Die Mannschaft muss das machen. Einzelne Spieler, die sowas entscheiden können, natürlich kann der Rote vorne die Tore machen. Aber er braucht auch Zulieferer. Und wenn die nicht kommen, wird es schwer. Ja, Zulieferer, da sagst du vielleicht gerade was. Also der aufwendigste Mann für mich auf dem Platz war eigentlich der Kahnermann. Der war schlussendlich an allen drei Toren beteiligt. Der Zweite hat er noch selber geschossen. Der Erste hat er vorbereitet. Und da ist ja schon mal zumindest einer der Lichtblicke, die ich so sehe. Und wie wir auch gerade schon mal gesagt haben, der Markus Müller bei uns im Tor ist, glaube ich, auch endlich mal wieder ein Garant. Also der hat auch schon in Hamburg Spitze gehalten. Hier auch Reflexe, finde ich toll. Arbeitet auch mit der Mannschaft mit und versucht das Spiel dann auch von hinten so ein bisschen nach vorne zu treiben. Das sind die Lichtblicke, die ich habe. Und noch der Terodde, da ist eine Tormaschine in der zweiten Bundesliga. Also das funktioniert ja auch in Hamburg. Das Tor wurde leider nicht gegeben. Ja, hier das Kopfballtor, also stark. Ja, über Terodde in der zweiten Liga brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten. Wir müssen sich dann wieder mit der ersten Liga unterhalten. Das sieht die Welt ganz anders aus. Und weil das sind ganz andere Gegenspieler, ganz andere Mannschaften. Das ist nicht so wie in der zweiten Liga. Und trotzdem, ein Terrore kann die Tore nicht machen, wenn nichts kommt. Wenn er nicht bedient wird. Das war schon immer so. Der muss bedient werden. Und das war ja so mit Bülter und auch mit Salazar. Und jetzt die Neuen, die da gekommen sind, ja, die müssen sich erst einmal einfinden und merken, was hier los ist bei 60.000 Zuschauern in das Stadion. Und ja, der Start ist jetzt, man kann nicht sagen gelungen, aber wir haben ja auch, wo wir abgestiegen sind in der zweiten Liga. Angefangen mit einem 3-1, diese Lage hier gegen den HSV. Jetzt haben wir gegen den HSV wieder verloren. Aber in Hamburg, vielleicht ist es ein gutes Omen. HSV steigt wieder nicht auf und wir schaffen es dann doch. Ja gut, die Geschichte wiederholt sich, aber wir wissen ja. Aber ich sage mal aus Finsicht, man muss doch einfach mal sich den Mund abwischen und die drei Punkte mitnehmen. Nochmal, wir haben, glaube ich, eine fast ganz neue Mannschaft. Die müssen sich zusammenfinden, das Zusammenspiel muss wieder passen. Du kannst viel trainieren, aber die Situation dann, wenn es hier rund geht am Platz und gerade in der Arena, wie du schon sagtest, wir hatten eine voll ausverkaufte Hütte, dann musst du da unten, dann bist du erst einmal beeindruckt und musst dich einfinden. Also von daher war der sich auch sehr wichtig. Man darf den Gegnern nicht so viele Räume lassen, wie wir es getan haben, gegen neun Mann. Ja, und da muss Verantwortung übernommen werden von hinten bis vorne, dass wir aggressiv wieder zu Werke gehen, dass wir die so unter Druck setzen, dass sie Fehler machen. Die haben es ja im Grunde genommen aus dem Torwart nicht gemacht. Das erste Tor ist ja im Prinzip auch so entstanden, das war ja ein Einwurf, wurde super angenommen, hat gut abgedeckt den Ball. Und dann gab es dann den Foul und dann den Freistoß, dann hat der Terode ja das Kopfballtor gemacht. War ja eigentlich schon eine gute Geschichte. Man weiß ja, wenn die Flanken von links oder von rechts kommen, dass es ja gefährlich ist, auch mit Kopf. Und der Terode weiß, wo das Tor steht, kann Tore machen in der zweiten Liga, da braucht man es nicht. Da unterhalten müssen wir uns eigentlich über die Tore, die wir in Hamburg gekriegt haben. Wie die Aktionen, die wir auch zu Hause hatten, wo auch hätte es schief gehen können. Das sind so Sachen, das muss man vermeiden. Und das kann man vermeiden, weil der Gegner, wo er noch in Unterzahl war, auch da muss ich dabei bleiben. Da muss ich dran gehen an die Leute, da kann ich nicht den freien Durchlauf lassen oder so. Das ist die Abstimmung auch hier, die haben wir noch ein bisschen fehl. Und ja, es wird weitergehen und es geht ja ganz schnell, ja, in den nächsten Spielen auch Braunschweig. Braunschweig, zweimal Amapokal. Und es ist ja immer so, wenn jemand gegen Schalke spielt, da laufen die mehr, da bringen andere Leistungen, als wenn sie gegen andere Mannschaften spielen. Das ist nun mal so, weil, ja, Schalke will ja wieder aufsteigen. Wir steigen auf. Wir werden auch steigen. Thorsten hat gesagt, wir steigen auf. Also ganz wichtig, ich bin ja mal gespannt. Du hast ja gerade schon gesagt, das Beispiel gebracht von der letzten Saison gegen Hamburg. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte wirklich. Aber da kommt ja noch, wenn mal eine Mannschaft kompakt hinten steht und über außen nichts kommt. Was passiert dann? Das sind so Fragen, die wir zwar stellen können, beantworten müssen die das da unten. Und was noch ist, wir haben einen 17-jährigen Junge, der in Hamburg wirklich sehr gut gespielt hat, der auch mal schlechte Spiele machen wird. Er war nicht so im Spiel hier zu Hause wie zum Beispiel in Hamburg. Aber das ist ein Prozess, da wird er lernen, da werden sie sich mit absprechen und darüber auch sprechen. Und deswegen glaube ich schon, dass er die Entwicklung auch in den kommenden Spielzeiten weitergeht. Und wir, ja, einen sehr, sehr guten Spieler. Aber ich habe auch mit 18 Jahren angefangen, in der Bundesliga zu spielen. Olaf Thon hat mit 17 Jahren gespielt. Ja, der Abi auch mit 17. Der Abi hat ja noch seinen ersten. Und ich sage ja immer, Qualität setzt sich durch. Ob er jetzt 17 oder 18 Jahre alt ist oder ob er 15, spielt keine Rolle. Qualität setzt sich durch. Und ich glaube, dass er hat Qualität. Er bringt viel mit. Er ist sehr analytisch, absolut. Aber er wird sich ja noch weiterentwickeln, er bleibt ja nicht stehen. Aber wir werden nicht so spielen können wie vorher mit Salazar und Bülter. Es muss die Mannschaft. Die Mannschaft muss das machen. Also ich denke mal, so in der Offensive haben wir gar nicht die großen Probleme aus meiner Sicht im Moment. Die Probleme, die ich sehe, sind so eher im Defensivverhalten. Da, jetzt hat Baumgartl ja gespielt. Wir haben zu Null gespielt. Okay, jetzt muss man sagen, wie das schon richtig gesagt hat, es ist gegen Dolan Lauterer. Wir haben es aber auch dann hinterher nicht geschafft. Das Spiel so ein bisschen in die Breite zu ziehen und wie du schon richtig gesagt hast, über die Flügel, über die Außen zu kommen, um dann den Torwart da unter Druck zu setzen. Und dann vielleicht noch ganz wichtige Leute, die auf der Sechs spielen oder auf der Acht im Mittelfeld. Da sind wir noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Wir sind ja auch noch am Transfermarkt aktiv. Da ist ja, glaube ich, das Transferfenster ist ja noch offen. Da kann ja noch ein bisschen was passieren. Ja, das sind so junge Leute, die entwickeln sich ja im Spiel. Aber man hat ja gesehen, das hätte der Trainer sich ja nicht eingesetzt, wenn sie die Qualität nicht hätten und die haben sie. Und ich glaube schon, dass wir im Laufe der Saison viel Freude an diesen Jungs haben werden. Und ja, aber eins hat man auch gesehen, auch hier zu Hause. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass er gepfiffen worden ist. Weil auch der Fan gesehen hat, was los ist, gerade gegen Neumann. Ja, und du stehst mit neuen Leuten auf dem Platz und tust dich dann schwer, noch das Tor zu schießen. Und was auch Fack ist, die Lauterer haben sich hier nicht aufgegeben. Die haben ja immer noch versucht, uns unter Druck zu setzen. Natürlich bleibt dann bei Neumann irgendwann auch mal die Luft weg und dann bricht das Ganze ein. Aber die Lauterer haben sich dann auch hier nicht unter Wert verkauft. Weil der Trainer, man kennt den Dirk Schuster, er war ein Mittelfeldspieler, ein verteidiger, aggressiver Mann. Und das verlangt er wahrscheinlich auch von seiner Mannschaft. Und die haben das relativ gut gemacht, obwohl sie dann 3-0 verloren haben. Das spricht halt auch für uns, dass wir dann eben die Tore gemacht haben. Aber du hast das auch schon angesprochen. Ein Trainer hat mal gesagt, zu Null. Die Null muss stehen. Die Null muss stehen. Und da hat er auch recht. Wenn die Null steht, verliere ich schon mal kein Spiel. Und Chancen zum Gewinnen, wirst du immer wieder kriegen. Und gerade Schalke 0-4 in der zweiten Liga. Und deswegen müssen wir sagen, dass wir hinten geordnet sind, dass da nicht viel anbrennt. Weil ich denke mal, dass da andere Gegner noch kommen werden, wie der 1. FC Kaiserslautern. Ja, andere Gegner. Jetzt wie gesagt, Braunschweig hatten wir gerade angesprochen. Müssen wir jetzt zweimal hin. Würdest du mit der gleichen Elf auflaufen, die der Thomas jetzt gebracht hat? Ich weiß jetzt nicht, wer zur Verfügung steht. Wenn es alle zur Verfügung stehen, kann man nicht immer permanent wechseln. Die Mannschaft muss ja zusammenspielen. Die Mannschaft muss sich finden. Und da kannst du nicht immer pausenlos wechseln. Und deswegen denke ich mal, wenn alle fit sind und so weiter, werden sie auch wieder so spielen. Das kann man gut vorstellen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir dann wirklich jetzt gegen Braunschweig dann auch im Pokal noch weiterkommen. Dann noch drei Punkte hier holen. Wir müssen ja, wie gesagt, zweimal nach Braunschweig. Ja, aber Pokal ist ja unheimlich wichtig im Pokal. Wenn man gute Gegner kriegt auch. Oder auch Gegner zum Weiterkommen. Es gibt auch dafür Geld. Es ist ja nicht so, dass die umsonst spielen. Aber die Wüte ist ja immer voll. Ja, und Schalke 04 braucht auch Geld. Und es ist immer schade. Weißt du, wenn du eine Mannschaft hast und da musst du Spieler abgeben, weil sie ausgeliehen sind. Die gehen wieder zurück. Oder in unserer Situation, dass wir Spieler wie Itakura und so weiter, dass wir die verkaufen müssen für gut vier, fünf Millionen. Das ist auch viel. Aber im heutigen Fußball nicht. Wenn man sieht, was andere für solche Spieler, die im Verhältnis nicht besser sind. Das geht für 50 Millionen weg. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Summen, ja. Ja, deswegen müssen wir schauen, dass wir, wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit ein Ausbildungsverein sein, der Spieler ausbildet und dann leider verkaufen muss. Aber es ist dann schwer, die Liga immer wieder zu halten, wenn man in die Bundesliga aufsteigt. Ich meine, wir sind jetzt noch lange nicht so weit. Wir haben so viele Spiele. Aber die Jungs müssen wissen, die müssen Gas geben von der ersten bis zur letzten Minute, egal gegen welchen Gegner. Bis ich ihn so weit habe, dann kann ich ihm auch Möbel machen, ja, sonst geht das nicht. Ja, dann sehen wir uns ja bei den nächsten Spielen dann auch wieder, Klaus, und dann hoffe ich dann auch mal wieder in voller Besetzung. Dieser Abi wird nächste Woche, dann denke ich, auch wieder dabei sein. Ja, die Fußballschulen sind zu Ende. Ja, und was du gerade sagtest, Ausbildung fällt mir gerade noch mal ein. Thomas Reiß hat ja auch gesagt zu dem jungen Spieler aus Bayern, die werden den hier weiter ausbilden. Und was du schon richtig gesagt hast, wir werden noch weiter in der Ausbildungscamp sein. Ja, das geht ja gar nicht anders. Du musst schauen, dass du gute, junge Leute kriegst und die weiterbildest. Dann hast du erst mal als Verein, als Mannschaft was. Und natürlich, wenn wirklich die Situation ist, dass ein anderer großer Verein dran ist, wenn er wirklich so gut ist, dass du dann eine hohe Ablösung kriegst. Genau, die machen ja die Schwarz-Gelben ja auch. Was kriegen die für Geld? Ja, natürlich. Und deswegen müssen wir weiterhin beobachten, aber arbeiten, arbeiten, feiten bis zur letzten Minute, sonst geht es nicht. Und wer da nicht mitzieht, der hat da keine Chance. Ja, und gute Ausbilder haben wir doch hier, Klaus. Du bist ja eine Bombe als Stürmer. Du kannst doch zumindest zeigen, wie man Tore schießt. Aber ich bin ausgebildet worden. Auch, du bist auch ausgebildet worden. Und weitergebildet worden bei 16 München. Da kam der Schalke. Ja, da war ich schon gestandener Bundesligaspieler. Ja, danke schön für deine Analyse. Ich bedanke mich bei euch draußen für euer Interesse und freue mich dann auf nächste Woche, wenn wir dann wieder mit der kompletten Kombo hier sind und die Spiele gegen Braunschweig analysieren werden. Glück auf und nur der S04. Glück auf.